Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zu einem weiteren Übersichtsvideo der Rhein-Ruhr-Karte. Es kam schon lange nichts mehr, das liegt unter anderem daran, dass bei mir die letzten Wochen immer ein bisschen viel los war, ein bisschen wenig Zeit da war und ich allgemein mich mehr auf das Bauen konzentriert habe, bzw. weil in einer Woche, weil ich habe ja immer mal gesagt, ich möchte diese Übersichtsvideo einmal die Woche bringen, das ist das Problem bei mir, dass ich in einer Woche nicht so viel hinbekomme, um da ein ordentliches Video draus zu machen. Ich dachte, der jetzige Stand der Karte wäre ein guter Zeitpunkt, um euch mal nochmal einen kleinen Überblick zu geben, über das, was alles passiert ist in letzter Zeit. Ich kann euch aber schon mal sagen, dass die Karte nun in einem fortgeschrittenen Standpunkt ist, den ich gerade selber sehr feiere. Die Map ist vom Grundaufbau her, das heißt, die Hauptstrecken bzw. auch die Hauptbahnhöfe sind fertig umgebaut worden, besser gesagt wieder aufgebaut worden. Es wurden einige Strecken, die schon lange liegen, wieder abgerissen und wieder aufgebaut, unter anderem, weil ich natürlich jetzt selber natürlich viel detaillierter arbeiten möchte. Ich möchte die Streckenführung besser machen, ich möchte die ganzen Bahnhöfe besser machen. Das ging halt zu einem Zeitpunkt, wo ich dann diese alte Strecken gebaut habe, noch nicht. Ich habe auch in dieser Woche die ganzen Linien wieder reaktiviert, das heißt, die komplette Map wird wieder befahren und ich habe auch deutlich den Takt runtergesetzt. Das heißt, S-Bahnen fahren annähernd im 20-Minuten-Takt über die Karte und natürlich die S-Bahnen, die im halben Stunden-Takt fahren, die sollen natürlich im halben Stunden-Takt fahren. Und auch bei den Regios habe ich ein bisschen rumgeschraubt. Dort fahren jetzt nicht mehr zwei Regios rum, sondern halt so viel, dass einmal die Stunde an jedem Bahnhof einer, ein Regio ankommt. Dann, wer das Ruhrgebiet kennt, durchs Ruhrgebiet führen ja sehr viele Intercity und Intercity Express, sprich IC und ICE-Linien, wo ich ja selber mir Pläne gemacht habe, welche Linien ich durchs Ruhrgebiet fahren lassen möchte. Und unter anderem sind da auch Linien dabei, die halt nur einmal am Tag befahren werden. Das heißt, es gibt Linien, die mehrfach vorhanden sind. Bei den Linien habe ich natürlich versucht, einen größtmöglichen Takt herzustellen. Das wäre knapp einmal über die Map mit 120 Minuten. Das heißt, alle zwei Stunden in Echtzeit würde dieser Zug über die Map fahren. Aber ich möchte euch jetzt erstmal zeigen, was denn alles noch bautechnisch passiert ist. Das letzte Mal habe ich ja noch gesagt, muss ich Oberhausen Hauptbahnhof noch fertig bauen. Das ist jetzt hier meine Ausführung des Oberhausener Hauptbahnhofs. Die ganzen Gleise sind eigentlich viel mehr in der Kurve und viel mehr wellig als bei mir hier. Aber ich dachte, das ist eine gute Alternative zu dem echten Hauptbahnhof. Dann, was dazu kam, ich habe Oberhausen West komplett neu aufgebaut. Und ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich habe nur die Hauptbahnhöfe gebaut. Das heißt, was ihr hier seht, diesen Zipfel, dort geht es nachher rüber zum Thüstenberg in Duisburg. Und das wird alles dann passieren, wenn die komplette Map mal steht. Das heißt, als nächstes würde ich gerne mal ein paar Städte ausdekorieren, dass es rund um die Zugstrecken ein bisschen bunter wird und ein bisschen lebendiger und so weiter. Auf jeden Fall haben wir hier Abzweig Mathilde. Ich glaube, einer der am meistbefahrensten Güterabzweige im Ruhrgebiet, besser gesagt in NRW. Und wie man hier schon sieht, Oberhausen West natürlich deutlich gekürzt. Aus dem Grund, weil natürlich ich keinen Platz habe. Ich habe ein bisschen Skalierprobleme und so weiter. Was ihr auch seht, ich habe ja mittlerweile mit dem Tool von Snowball, herzlichen Dank an dich, falls du dieses Video siehst, kann man ja mittlerweile die Flüsse zuschaufeln. Und das hilft mir wirklich sehr, weil beispielsweise hier oben, der Fluss ist komplett falsch platziert, meines Erachtens nach. Weshalb ich ja auch damals Oberhausen West noch ein bisschen nach unten quetschen musste. Das hat sich aber alles ein bisschen aufgelöst. Ich habe auch diesen Abzweig hier, Abzweig Walzwerk ist das, glaube ich, habe ich nun richtig gestellt. Da hat sich ja der liebe Pizzabote beschwert, dass der Abzweig nicht richtig aufgebaut ist. Jetzt stimmt's. Und ich freue mich da auf jeden Fall später hier Unmengen an Güterzüge drüber schicken zu lassen, weil, wie gesagt, das ist die Hauptverbindung von Norden nach Süden. Es läuft alles hier drüber. Und ich freue mich schon mega, hier Güterzüge drüber schicken zu lassen. Dann wurde die komplette Strecke von Oberhausen nach Gelsenkirchen neu gebaut. Hier haben wir Essen-Dellwig. Hier haben wir auch die Strecke der S9 Richtung Essen-Hauptbahnhof. Und, wie gesagt, die komplette Strecke wurde angepasst. Hier kann man noch leicht erkennen, das war die alte Streckenführung. Aus dem Grund, weil ja hier der Fluss früher hier war. Jetzt habe ich den Fluss hochgesetzt, so wie ich denke, dass er dort etwa sitzt. Deshalb konnte ich natürlich auch die ganze Bahnstrecke weiter nach oben setzen. Dann haben wir hier Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Natürlich auch angepasst. Ich habe ihn auch länger gemacht als früher, denn es gibt eine ICE-Linie. Die fährt einmal am Tag von Hamburg allzu nah nach Köln mit einem ICE 4, zwölfteilig. Und dieser hält in Gelsenkirchen. Darauf habe ich schon mal vorgesorgt, weil den ICE 4, wenn es ihn mal irgendwann geben sollte, kann dann auf jeden Fall hier in Gelsenkirchen Hauptbahnhof halten mit 350 Metern. Dann haben wir hier den Umbau bzw. den Neubau von Wanne-Eigel-Hauptbahnhof. Was noch komplett fehlt, ist Wanne-Eigel-Güterbahnhof. Nein, der heißt glaube ich auch Hauptbahnhof. Entschuldigung, es gibt nicht mehr Wanne-Eigel-Güterbahnhof. Der heißt, es gehört zu Wanne-Eigel-Hauptbahnhof. Das fehlt noch komplett. Da kann ich mich dran erinnern. Ich glaube, das waren letztes Mal zwei Streams, wo wir den komplett aufgebaut haben. Aber ich finde den jetzt nicht allzu wichtig, weil ich über meine Daten und alles gesehen habe, dass dort nicht allzu viel fährt. Die meisten Güterzüge fahren entweder hier oben über die Güterumfahrung Nord oder hier über Gelsenkirchen und runter Richtung Bochum. Das heißt, nur teilsweise bzw. nur wenige Güterzüge fahren nach Wanne-Eigel. Dann auch hier wieder die Flussanpassung. Das hat natürlich überhaupt nicht gepasst, die Breite des Flusses. Die habe ich jetzt etwa abgestimmt. Ich habe mir einen Maßstab genommen zwischen Schienenabstand und Flussbreite bei Google Earth und habe das dann in etwa hier in Transportfieber so angepasst. Dann wurde auch bei der Hauptstrecke Richtung Bochum etwas angepasst. Ich habe einen Bahnhof ausgelassen. Ich glaube, das ist Bochum-Rienke. Habe ich einfach aus Platzgründen weglassen müssen. Es tut mir wirklich sehr leid, weil der Bahnhof ist sehr interessant, weil da steht ein KS-Signal mittendrin. Und danach ist direkt ein Bahnübergang. In der alten Version habe ich diesen Bahnhof noch gebaut. Aber wie gesagt, in den neuen passt mir nicht so ganz da rein. Auch wegen der Kurvenlage und alles. Deshalb habe ich ihn rausgenommen. Dann wurde Bochum-Präsident etwas umgebaut. Es wurde ein bisschen tiefer gelegt, damit die Strecke der RB46 hier schön ebenartig in den Bochumer Hauptbahnhof gehen kann. Hier sieht man schon, das ist natürlich nachher alles auf einer Brücke. Diese Strecke war früher, glaube ich, zweigleisig. Also da, wo früher hier der Bahnsteig, oder da, wo jetzt der Bahnsteig ist, war früher ein Gleis. Das heißt, wir haben ja hier einmal diese Rüberführung. Da habe ich, an alles habe ich gedacht. Das heißt nicht, dass es hier schön gerade ausgeht, weil ihr kennt mich, so ist es in der Realität nicht. Dann Essen ist ja schon fertig gewesen. Die komplette Strecke hier unten, wie man es schon schön sieht, schön ebenartig gemacht, von Bochum-Fronhausen über Mühlheim. Wir haben nun auch Styrum, Moment. An dem Mühlheim-West haben wir jetzt auch mit drin. Diesen Bahnhof gab es früher auch nicht, gerade aus Platzgründen. Und natürlich hier Styrum Bahnhof. Das habe ich alles ein bisschen angepasst. Und es freut mich wirklich sehr, dass wir Mühlheim-West mit reingenommen haben, denn der Bahnhof war natürlich bislang gefehlt. Ich frage mich, wie ich den bislang auslassen konnte, weil eigentlich kann man den nicht auslassen. Genau, dann gehen wir in Richtung Bochum. Bochum-Langendreher-Güterbahnhof ist auch noch ein Punkt für mich, wo ich gerne noch ein paar Sachen anpassen möchte. Der ist ja meines Wissens nach nicht mehr allzu viel in Betrieb, weil dort wurden früher die Kohlezüge abgestellt. Aber ich möchte ihn auf jeden Fall ein bisschen länger machen, dass ich da auch mal den ein oder anderen Zug halten lassen kann. Dann im nördlichen Bereich ist eigentlich nicht viel passiert. Ein bisschen Streckenanpassungen natürlich. Und was ich gemacht habe in Dortmund, der liebe Rob, Rob, Rob aus dem Forum, ist ja dabei, die Dortmunder Assets zu veröffentlichen. Dortmund war ja mitunter einer der ersten zusammen mit Düsseldorf. War einer der ersten Bahnhöfe, wo ich als Asset-Funktion veröffentlicht habe. Und damals habe ich ja noch die Standard-Bahnsteige von Urban Games genommen. Und die habe ich jetzt, wie man hier schon sieht, an der Spitze abgebaut. Und habe hier mal meine Düsseldorf-Assets platziert, damit ich grob einschätzen kann, wo die Bahnsteige enden. Und sobald natürlich der liebe Rob diese Assets veröffentlicht hat, wird dieser Bahnhof hier umgebaut. Was auch noch dazu kam, ich habe die komplette östliche Ausfahrt neu gebaut. Aus dem Grund, weil mir das Betriebswerk nicht gefallen hat. Das Betriebswerk ist komplett fehl am Platz. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, das abzureißen und ganz normal die vierspurige Trasse in Richtung Hamm zu bauen. Etwa hier würde ich, also genau am Kartenende, würde jetzt der Betriebsbahnhof anfangen. Hier haben wir das Einfahrsignal. Und normalerweise würde ab hier schon eine Weiche rübergehen. Die habe ich jetzt weggelassen. Die Signale habe ich platziert, aber die Weiche habe ich weggelassen. Einfach aus optischen Gründen. Das heißt, der Betriebsbahnhof ist jetzt auch wie die ganzen anderen Bahnhöfe ein unterirdischer Kopfbahnhof. Das ist aber absolut kein Problem. Kann man natürlich so lösen. Und es war für mich auch die deutlich bessere Lösung, als da irgendeinen Betriebsbahnhof darum stehen zu haben, der eigentlich total scheiße aussieht. Ansonsten wurden überall noch die unterirdischen Bahnhöfe angepasst. Ich habe teilweise komische Verbindungen machen müssen, weil Linien bei der Hin- und Zurückfahrt nicht den gleichen Weg haben. Wenn zum Beispiel ein Zug, der in Dortmund startet, Richtung München fährt und dann von München aber nach Münster fährt, habe ich natürlich ein Problem. Weil ich habe hier einen Kopfbahnhof. Also besser gesagt, der fährt dann hier unten in den Kopfbahnhof rein und hört dann hier oben auf. Und wie bringe ich ihn jetzt von Übergang Münster zum Dortmunder Betriebsbahnhof? Deshalb habe ich einige komische oder besser gesagt interessante Verbindungen zwischen den Betriebsbahnhöfen oder zwischen diesen Untergrundbahnhöfen machen müssen. Aber ja, es hat schlussendlich alles funktioniert. Dann natürlich der Umbau noch von Bottrop Hauptbahnhof, auch jetzt als Asset. Genauso wie das hier, das gehört auch noch zum Bottropper Hauptbahnhof. Dann die Hauptstrecke über Bottroboi, über Gladbeck West. Gladbeck West ist meines Erachtens, glaube ich, geblieben, so die allgemeine Streckenführung. Aber natürlich alles, was da wegging, hier die Güteumfahrung, wurde vom Streckenlauf her angepasst. Hier haben wir Gelsenkirchen-Bürr-Nord. Ich mache mal wieder das Overlay aus. Gelsenkirchen-Bürr-Nord. Und hier geht es dann weiter Richtung Recklinghausen-Ost. Ich bin wirklich sehr gespannt, weil nach meinen Informationen soll jetzt ab Dezember 19, also entweder ab Dezember 19 oder ab 20, bin ich mir nicht mehr genau sicher, wenn da jemand genaue Infos hat, kann das gerne in die Kommentare schreiben, dass die S9 gesplittet wird. Und zwar soll die dann einmal nach Haltern fahren und einmal hier über die Güterstrecke nach Recklinghausen. Da bin ich wirklich sehr gespannt, weil hier anscheinend an der Güterstrecke zwei bis drei Bahnhöfe oder Haltepunkte platziert werden sollen. Und ich habe bislang, also ich habe eine Führerstandsmittfahrt gefunden, die ist zwei Monate oder anderthalb Monate war die alt. Und da habe ich keinerlei Baustellen gesehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn es wirklich Dezember ist, dass die in sieben Monaten da ein Bahnsteig hinpflanzen. Aber ich lasse mich überraschen, weil Dezember 19 ist wirklich eine große Umstellung im Ruhrgebiet. Die meisten S-Bahnen, also S1 und S4 werden übernommen. Es kommen neue Fahrzeuge rein. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Umstellung, die da noch kommt. Und ich bin gespannt, ob ich das so einfach hier im Spiel umsetzen kann. Genau. Ansonsten sind nicht mehr viele Umbauten dazugekommen. Wie gesagt, die ganzen Linien wurden jetzt wieder in Betrieb genommen. Das heißt, es könnte gut sein, dass in den nächsten Wochen mal Impressionen vom Hauptbahnhof oder von irgendeinem Hauptbahnhof kommen. Da könnt ihr euch dann aber überraschen lassen, weil ich selber noch nicht weiß. Genau. Das war das kleine Übersichtsvideo hier von meiner Ruhrkarte. Und ich hoffe, es hat alles soweit gepasst. Falls ihr irgendwas wiedererkennt, das freut mich immer sehr. Und falls ihr dieses Projekt seit dem Anfang an unterstützt, dann unterstützt es auch heute wieder. Und wir sehen uns im nächsten Video, Livestream oder sonst irgendwas wieder. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Danke. Tschau. Tschau. Tschau.